Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euren Mac in Intune einbinden könnt. Dies geht wie folgt, ihr seid ganz normal im Portal, dann geht ihr einmal ins Admin Center, öffnet einmal Microsoft Intune, da habt ihr dann die Übersicht, aber um es komplett anzubinden, müsst ihr dann einmal diesen Link öffnen, enroll your macOS device using the portal, das heißt, ihr müsst einmal enroll my mac gehen, dann lädt ihr einmal eine Datei runter, die müssen wir einmal ausführen, fortfahren, unter iOS gibt es diese App auch, kennt man eher, weil unter iOS steuert man dann die Apps oder ähnliches, das gleiche läuft dann auch bei macOS. Dann einmal abgeschlossen, können wir gerne behalten. Jetzt kommt das gleiche wieder, dadurch, dass das auch eine Microsoft App ist, wird die über Microsoft Auto Update aktualisiert, aber in unserem Fall will er nur die Defender aktualisieren, was wir jetzt auch gleich einmal anstößen können. Dann gehen wir aber jetzt einmal kurz in das Portal, das heißt, wir öffnen jetzt das Company Unternehmensportal, jetzt müssen wir uns einmal anmelden, das würde ich einmal kurz überspringen. So, die Anmeldung ist erfolgt und jetzt möchten wir einmal das System anbinden, wir gehen einmal auf Beginn, dann wird euch angezeigt, was die Organisation darf und was sie nicht darf. Dann müssen wir einmal ein Verwaltungsprofil herunterladen, das öffnet sich jetzt hier, das heißt, hier müsst ihr einmal draufgehen und sagen installieren, einmal euer Admin-Kennwort eingeben, wenn er ledigt, sollte die Warnung weggehen, genau, und dann springen wir hier einmal zurück. Nein, das brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir haben das schon. Hier wird angegeben, was er darf. Wir klicken auf OK und jetzt hat es auch funktioniert, irgendwie hat es eben gerade gehangen, wir gehen auf Fertig. Und dann sieht man, mein PC ist drin, mein iPhone ist drin und mein MacBook wird gerade angelernt. Dann kann man zum Beispiel auch Geräteverschlüsselung erzwingen oder ähnliches und auch Apps speziell bereitstellen. Habe ich jetzt noch nichts gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal wieder zurückgeht in euer Admin-Center, auf Geräte, sollt ihr jetzt als fünftes Gerät, alle Geräte, demnächst auftauchen, aktuell ist es noch nicht der Fall. Kann immer ein bisschen dauern, also das passiert. Das heißt, wenn wir jetzt einmal hier wieder zurückgehen, sieht man ja hier auch, genau, dass es angelernt wurde. Manchmal dauert es ein bisschen, bis es auftaucht. In dem Fall ist es jetzt noch nicht aufgetaucht. Ja, im Normalfall würde es dann hier auftauchen. Und ihr könnt dann bestimmte Regeln erstellen. Da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Das war es in dem Fall gewesen für die Anbindung von einem MacOS-Gerät an Intunes. Bei Fragen unten in den Kommentaren. Wenn da am hoch bin ich auch freund. Dankeschön. Vielen Dank.